Hi, ich bin Luis, dualer Student bei der ADEX seit einem halben Jahr. Während ich hier vor allem im Schwerpunkt Marketing und Vertrieb tätig bin, studiere ich an der Form in Dortmund das Fach Business Administration und heute zeige ich euch mal, was so meine ersten Eindrücke sind, die ich hier bekommen habe. Während ich zum einen an der Uni studiere, kann ich hier auf der Arbeit auch schon an Projekten mitarbeiten und meine Ideen immer wieder mit einbringen. Außerdem bietet ADEX mir auch die Chance an Workshops mitzuarbeiten, wo ich zum Beispiel neue Produkte kennenlerne, diese austesten kann und meine eigene Meinung dazu bilden kann. Ich finde persönlich, dass ich dadurch eine ganz andere Wendung zu den Produkten aufbauen kann und auch im vertrieblichen Sinne extreme Vorteile dadurch schließen kann. Was mir besonders gut gefällt, sind zum einen täglichen neuen Herausforderungen, die sich stellen, aber vor allem auch das eingenehme Arbeitsklima unter den Kollegen, sei es in den Mittagspausen oder im Büro. Falls auch du Bock darauf hast, klick dich doch einfach bei uns in den Link rein.